So, haben wir noch 19 Sekunden, 19 Sekunden, in denen sehr viel passieren kann. Ja komm, ich hab sechse, das ist mehr, also das ist das Doppelte. Jetzt haben wir mehr als das Doppelte, als was wir eigentlich müssen. Das wird später noch richtig kacke, sag ich euch. Ich hab's geschafft, jo! Yes! Nur noch vier Siegebäms. Ach, sieht der hässlich aus. Ja, trotzdem sieht der hässlich aus. Entschuldigung, Mädel. Entschuldigung. 106, Alter. Mann! Mann! Ach, jetzt sind wir hier. Oh, jetzt sind wir hier oben, Mann. Ich dachte, ich könnte einen anderen Smash unten noch holen. Neiiiiin! Übrigens, Burnout Paradise Aufgrund dessen, dass Skyblog jetzt ja zu Ende ist Und ich hoffe, dass ich mit Burnout Paradise durchkomme Ähm, hoffentlich immer Mittwochs und Freitags Um 20 Uhr Wollte ich jetzt mal gesagt haben Ja, was gibt es Schöneres, als hier über die Straßen zu fahren Um so ein paar Straßenlaternen auszuhebeln Na genau, nix Hier haben wir nochmal ein Rennen Ne, Rennen ist jetzt doof Ah Gott, war das knapp Das ist eine Burning Route, die wir nicht machen können gerade Oh, jetzt habe ich gerade nicht auf den Verkehr geachtet Au, ei, 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 ei Das ist natürlich blöd Wenn wir hier ein Rennen veranstalten Sperren wir nicht vorher eine Strecke ab Und genau das macht unsere Rennen ja so rasant Du alleine entscheidest, welchen Weg du nimmst Und ob du mitten durch den Verkehr heizt Oder ihn lieber umgehst Das war DJ Atomica von Crash FM Ähm, vielen Dank für die Info Hab ich zum Glück auch noch nicht gemerkt Also ich glaube, wenn ich einen DJ Atomica nicht hätte Berg aufgeschmissen Oh, guck mal dort What do my eye see Oh 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 Hätten wir auch noch holen können Hat nicht geklappt Ja, ich muss sagen Wir heizen hier ganz schön ruhig Du, jetzt haben wir hier gerade noch eine Tankstelle gefunden Oh Und was haben wir denn hier Das ist doch nicht etwa ein Parkhaus Doch, es ist ein Parkhaus Ich weiß gar nicht, ob irgendwo auch Parkhäuser angezeigt werden Ich habe keine Ahnung Also ich meine mit angezeigt Jetzt, ob nun irgendwie Rekord oder sowas da So, wir müssen uns also umdrehen Und wir nehmen natürlich die mittlere LOL Bäm Aber wir haben den Smashing noch gekriegt Das ist das geil Oh Mann Ja Guck mal, da vorne haben wir noch eine Lackiererei Und hier ist ein Parkhaus Man soll es ja nicht vermöglich halten Ein Parkhaus, in dem wir schon drinnen waren Irgendwie kommt man noch da rüber Ich habe gerade vergessen Haben wir hier sonst noch irgendwas anderes Ich glaube, wir sollten mal hier drüben fahren Weil wir wollten ja noch zum Schrott Wir wollten noch zum Schrottplatz Richtig Ops, jetzt habe ich auch nur gegen das Mikro gehauen Na super Guck mal So, mal sehen, ob wir jetzt wieder diesen coolen Bug haben Ja, na super Einfach Hallo Hallo Ich hätte gern den hier Hallo Alter What the hell Okay Okay, das war ein bisschen buggy Also ein bisschen ist gut Ich habe keine Ahnung, woran es liegt Ich habe keine Ahnung Ja, den hätte ich gern Guck Ja, danke Den nehmen wir einfach mal direkt Oh Mann Das wird ja noch lustig Ja, kann ich auch Enter drücken eigentlich? Alter, was ist denn das hier bitte? Ja, nein Bitte lass mich einfach Enter drücken Ich kann, es kommt keine Enter-Taste Kann ich jetzt Enter drücken? Ja Ja Das wird ja noch lustig Schön, dass du es mir jetzt nochmal erklärt hast Ja, so ist das Haben wir da vorne etwas Mashes, die wir noch nicht haben Also Du weißt schon Ja Nein, ich will erstmal zum Werkstättchen Roadworks Deswegen ist hier einfach mal offen Wer sich fragt Nein, es passiert nichts mehr in dieser Stadt Das heißt, es bleibt für immer offen Und ja Komm, fast geschafft Fassen Ach, das war das hier Yes Gut geschafft Nee, eigentlich wollte ich ja zum Dings hier Zur Werkstatt So, guck Hier Haben wir das Ding mal repaired Fährt Und jetzt könnten wir mal Wir könnten mal Noch ein Rennen machen Ach ja, und dieser komische Violette Wagen fährt ja auch noch Und ich habe das Gefühl, der fährt gerade Oh, guck mal, eine Limousine Geil Hier haben wir also ein Rennen Das wir einfach mal machen Position 1 von 6 Ja, dann versuchen wir mal unseren ersten Burnout, hä? Burnout, ja und jetzt? Ich schalte einfach mal Boost gedrückt Weil, kann ja sein, dass Achso, durch den Beinale Crash zum Beispiel Also, entweder habe ich mir das gerade nur eingebildet Oder Nee, durch Beinale Crash kriegen wir Boost Ah, ist auch egal Weil wir haben es ja sowieso geschafft LOL Das ist so geil, wie viele Paradise Belohnungen wir kriegen gerade Nur noch drei Siegel Roll So Ja, dann Achso, und durch Gegenverkehr Durch Gegenverkehr Ja, durch Gegenverkehr Laden wir unseren Boost auf Und jetzt probieren wir es mal Burnout Burnout What the fuck, man Burnout Eigentlich gibt es auch noch Burnout folgen Du weißt Guck mal Oh, guck mal Und direkt hin den nächsten, Alter What the fuck, man What the fuck Oh, da ist immer gerade an einem vorbeigefahren An einem ziemlich lang Pass auf, dann machen wir mit dem Wagen hier noch die Burning Root Da hätte ich jetzt gerade ein bisschen Bock drauf Alter, wie viele Smashes wir hier gerade kriegen Ja, jetzt Mal kurz Stoppen, bitte Halt her Warten What the hell Wir haben doch gerade erst angefangen zu gamen Überschall Acht Burning Root What the hell Hier haben wir doch einen Market Man Dann müsst ihr hier vorne rennen Ne, in Road Rage Na, okay Ähm Citizen Burning Root Ja Es gibt ja, wie ihr vielleicht im Hauptmenü vorhin gesehen habt Einen Party Modus in diesem Spiel Den werden wir eventuell Ah Eventuell mal mit ein paar anderen Leuten hier durchfüllen Wenn wir das irgendwie hinkriegen Vielleicht Ist alles noch unklar Vielleicht kommt dieses Display auch gar nicht Weil Copyright und sowas Ich habe ja keine Ahnung Weil die Musik, die hier kommt Und das alles Das hat leider nicht geklappt Moment, das können wir doch nochmal probieren, oder? Hätte ich jetzt irgendwie mal ein bisschen Luft zu tun So, pass auf Dann machen wir jetzt einfach mal Ja Und es geht direkt los Ne, das war nix Egal Kriegen wir schon noch Oh, das hier ist auch dumm Äh Ne, das ist ja auch nicht unsere Mensch Äh, wo Ja, da war gerade dieser Typ Aber der ist mir jetzt egal Ähm Hier ist ein Supersprung noch Ich wollte mal die Burning Root, bitte Geh nochmal weg hier Mein Gott, nochmal Hier oben ist der Highway Und jetzt Dieser Weg Wird kein leichter sein Aber steinig und schwer Und bla Ähm Da ist er Schade Hätte ja klappen können Den holen wir uns schon noch Keine Sorge Oh Mann, davon ist die Burning Root Jetzt finden wir sie doch endlich mal Schade, dass man nicht sehen kann Wie viele kmh wir fahren Und der Market Man, den wir gemacht haben vorhin Na schön Ja, mein Gott Alter Mann, ist kein D-Zug Ah So Du bist hier Heize zum Waterfront Plaza im Südosten Bist du schnell genug Erhältst du einen Lizenzeintrag Und eine E супersprung Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal.